Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 2. September Die Spinne wirkt mit ihren Händen und ist in der Könige Schlössern. Sprüche 30, Vers 28 Der König Salomo hat eines Tages in seinem Schloss eine Spinne entdeckt. Wir an seiner Stelle hätten gewiss sofort nach einer der vielen Putzfrauen gerufen. Aber Salomo war sehr weise. So hatte er sich Gedanken über die Spinne im Schloss gemacht. Die Spinne ist in der Könige Schlössern. Königsschloss und Spinne, so hat Salomo sicher gedacht, passen doch nicht zusammen. Die Spinne ist doch ein widerliches Tier. Ja, manche Gelehrte meinen, das Wort, das hier im hebräischen Text steht, bedeutet eine abscheuliche, giftige Eidechsenart. Nein, so etwas passt doch nicht zum König. Und nun war der Salomo mitten in geistlichen Gedanken. So wenig diese Spinne zu mir gehört, so wenig passe ich zu dem König aller Könige, zu dem lebendigen Gott. Und doch, die Spinne ist nun hier, und ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. An die Spinne geht uns das Wunder der Gnade auf, der Schächer am Kreuz und der Sohn Gottes, der betrügerische Zöllner Levi und der König aller Könige, wir und der Herr Jesus. Wir passen so wenig zusammen wie die Spinne und Salomo. Und doch dürfen wir zusammen sein, weil der Sohn Gottes unser Fleisch und Blut annahm und die Sache unserer Seele führte. Das Neue Testament ist voll von der Botschaft. Jesus nimmt die Sünder. Genauso wie sich Salomo wunderte, dass die Spinne im Königsschloss war, so haben die Pharisäer sich gewundert, dass der Sohn Gottes mit den Sündern zusammen war. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, das ist das Wunder der Gnade. Herr, wir passen auch gar nicht zu dir. Und doch hast du uns erkauft mit deinem Blut. Wir danken dir. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus, segne dich. Dankeschön.